Das Defender 130, ja, das ist ein Messer mit einem ganz besonderen Flair. Ein Haumesser, ein Hackmesser, das massiv robust ist und für klassische Survival-Überlebensarbeiten in der Natur gedacht ist. Wenn du wissen willst, was es kann, ja, dann bleib dran. Hallo und willkommen, schön, dass du dabei bist. Da ist der Rainer Rossmann, melde mich aus dem Buschkräftareal und schön, dass du dabei bist. Dieses Messer hier, das Defender 130, das habe ich von einem Teilnehmer oder von zwei Teilnehmern von meinem Survival-Training, ja, leihweise bekommen. Da Hubert und sein Sohn, die waren da, und da habe ich gesagt, Rainer, willst du das Messer nicht einmal angreifen? Und ich habe es angegriffen und habe gesagt, oh ja, ich will es gar nicht mehr loslassen. Und der Hubert hat gesagt, Rainer, ich leiste dir eine Zeit lang, teste es, spiele damit, sei damit böse, schenke ihm nichts. Und das habe ich auch nicht gemacht. Das Einzige, was ich nicht machen habe, dürfen und auch nicht gemacht habe, das ist Graben. Keine Sorge, das habe ich nicht mit diesem schönen Stück gemacht. Das Messer, das ich jetzt hier habe, das hat auch eine Kaideckscheide. Der Hubert hat mir gesagt, dass das alles extra Würsteln waren, die er gekauft hat und auch diesen integrierten Feuerstahl. Das ist alles möglich und machbar, aber das ist halt etwas, da muss man halt dazu sagen, das kostet noch einmal extra Geld. Ich gebe da unten natürlich den Link, nicht zu mir in den Shop, sondern auf Amazon, billige Eigenwerbung. Ganz klar, schau dir ganz einfach an, ob das etwas für dich ist. Und ich habe es getestet. Im Sommer waren sie da, im August und jetzt haben wir Dezember. Und ich kann dir nur sagen, dass das Messer, wenn es dich interessiert und du ein Haumesser brauchst, wirklich wahrlich eine Überlegung wert ist. Es gibt eine Sache, die mich stört, aber dazu komme ich dann gleich. So, es liegt einmal fett in der Hand. Diese Beschalung hier, zu sagen, von den Griffstücken, die ist gerade so, dass sie nicht wehtut. Ich habe zum Beispiel ein Video gemacht über das Fell-Niefen FX1, geh bitte da da, und dieses Messer, wenn man das mit rohen Hinden, also mit normalen Hinden angreift, glaubt man, die Haut wird abgezogen. Das ist hier bei diesem Eichhorn-Messer von Defender 130 nicht der Fall. Und das finde ich sehr wichtig. Warum? Es ist so, dass man nicht immer mit Handschuhen arbeitet. Sag doch nochmal, ich habe auch Kommentare zu diesem Video, was ich gerade beschrieben habe, beim Fell-Niefen, naja, dann zieh dir halt Handschuhe an. Ja, was ist, wenn ich mitten im Sommer hacken will? Soll ich mir dann auch Handschuhe anziehen? Was ist, wenn es heiß ist? Wie auch immer. Wie auch immer. Handschuhe sind super und ich liebe Handschuhe, da habe ich auch schon einmal ein Video dazu gemacht, aber manchmal sind die einfach kacke und wenn das Werkzeug so gemacht ist, dass man sich die Haut abzieht, wenn man keine anhat, dann ist es eine Chance mit Quasteln und das hier, das Defender 130, ist keine Chance mit Quasteln. Ich finde das wirklich super, liegt gut in der Hand. Es ist alles relativ flach, wenn du dir das anschaust, also es ist jetzt keine Erhöhung irgendwas, so eine Kugel oder so, die man besser in der Hand haben kann, aber es liegt trotzdem beim Hacken toll in der Hand. Diese Position hier, die ich jetzt hier einnehme, das ist meine Lieblingsposition, äh, meine Lieblingsposition, nicht den Mittelfinger auf dich zeigen, niemals. Nein, aber mit dem Mittelfinger hake ich hier in diese kleine Ausnehmung rein und dann kann ich wunderschön, wirklich wunderschön nehmen und du kriegst dann richtigen Zug zusammen. Ich habe mir sagen lassen, dass es von diesen Defender unterschiedliche Größen gibt und das 130er ist meiner Meinung nach total okay. Ein bisschen länger wäre natürlich zum Hacken besser, aber das musst du auch herumzahnen, wie man sagt, du musst das tragen. Ich finde, dass dieses Messer hier ein gutes Gewicht und das, was ich damit tun kann, mitbringt. Und wenn ich es wieder mit dem F1 vergleiche, weil ich da auch sehr viel Kritik kriegt habe, was total okay ist, aber nur als Gedankenbeispiel, da habe ich gesagt zu dem Messer, es ist schwer, es ist sauschwer, aber es ist einfach nur zu kurz und es bringt mir nichts, dass es so schwer ist. Das hier ist auch schwer und es ist ein bisschen schwerer als das FX, aber mit dem hier, werden wir gleich sehen, mit dem fällst du wirklich durch. Es gibt eine Sache, die mich stört und zwar das hier, dieses Ding hier, das. Und ich weiß, dass die Designer sich dabei was überlegt haben. Ich weiß, dass das keine Trotteln sind. Also ich kenne sie nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass man da so reingreifen kann. Es ist auch alles schön verarbeitet, da tut man sich nicht weh. Ich habe ja schon andere Sachen gesehen, wo ich so... Und du nimmst das so hier und kannst dann ganz feine, geile, super... Auch machen, wenn ich das Messer so halte und du mit dem Anschliff bis hierher gehst. Ich weiß, da brauche ich mir dann wieder eine Ausnehmung, damit man eine Schleifkerbe oder wie das heißt. Ich merke mir das ja alles nur mit einer Fetzenschädel, wie man in Österreich sagt. Aber ich bin mir sicher, es würde auch gehen, denn zum Beispiel beim Powercut fehlt mir genau das hier. Genau das hier, damit ich arbeiten kann. Ich weiß, dass sie auf der anderen Seite sagen, schau her, es wird dadurch insgesamt länger, es hat dadurch mehr Zug. Ich weiß alles, was seine Vor- und Nachteile, aber ich, wenn ich der Chef wäre, was ich nicht bin, aber wenn ich es wäre, würde ich sagen, weg mit dem. Weil dieser Teil hier, dieser Teil an Stahl, der ist Gewicht für nix, weil es ist ja kein... Ich weiß schon, ich weiß schon, ich habe dadurch mehr Hebel, ich weiß das, ich habe mehr Zug. Aber trotzdem, wenn ich der Chef wäre, würde ich das nicht haben wollen. Was ich voll super finde, da hinten, da ist keine Einkerbung mit irgendwas, sondern das kann man richtig schön nehmen. Ja, genau ein Messer, so wie ich das gern habe. Die Kante hinten, die ist angeschliffen, das heißt für die Feuerstahlbedienung, ich habe, Hubert, wenn du das Video siehst, und ich gehe davon aus, ich habe deinen Feuerstahl noch nie benutzt, außer jetzt, um herzuzeigen, dass das super funktioniert. Ich benutze natürlich billige Eigenwährung, meinen eigenen Feuerstahl, den letzten Feuerstahl eines Lebens, gebe ich da auch unten den Link, ist ganz klar. Aber es geht natürlich, es ist super, es ist wirklich sehr, sehr schön. Die Beschichtung ist toll, ich mag das Messer. Und da hinten ist dann noch einmal so eine Ausnehmung, da könnte man weiß ja nicht irgendwas aufbrechen, Glas oder sowas. Ich glaube auch, dass es ein Militärmesser eigentlich ist, zum Aufbrechen, zum irgendwas einschlagen. Das stört nicht, das tut nicht weh, da ist keine scharfe Kante, ist einfach toll verarbeitet. Und wenn du jetzt sagst, könnte ich mir das Kramer auch kaufen, das ist auch ein super Haumesser. Ja, aber das hier ist wertiger verarbeitet. Und ich habe mir umgeschaut, die Preise, du musst halt über 100 Euro ausgeben, es ist so. Aber du kriegst auch wirklich was Schönes. Also ich muss wirklich sagen, es ist schön. Ich meine, okay, in der 0815 Ausstattung ohne dem hier, aber das ist beim Skrammer auch nicht dabei. Aber lassen wir das, lassen wir das. Du kannst es hier hinten schön halten, es ist wirklich schön ausbalanciert, ein tolles Messer. Ich werde jetzt dann gleich was hacken, das verspreche ich. Ich habe nur einen kleinen Verbesserungsvorschlag noch. Sollten das irgendjemand von Eikon sehen und sagen, naja, der glatzköpfige, blade, also übergewichtige Österreicher, könnte vielleicht doch nicht ganz ein Trottel sein. Es wäre echt cool, wenn da noch ein Loch drin wäre. Das wäre voll super. Also so würde ich mir das Messer vorstellen, dass es bis runter geht und da noch ein Loch drin wäre. Warum? Weil dann kann man das da durchbinden und dann kann man da da durchfahren und dann ist das hier, so ein, dann muss das Bundle ein bisschen größer sein und dann hast du das hier so und dann machst du und du brauchst das dann immer so festhalten und kannst viel energiesparender arbeiten beim Hacken, wenn ich nämlich viel hacken will. Nicht nur so ein bisschen, sondern viel, weil ich viel Material wegmachen muss. Du darfst dich halt nicht von einem selbsternannten Umweltschützer erwischen lassen, weil der sagt dann, dass du Haseln umbringst zum Beispiel. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn es ums Überleben geht, soll es ja erlaubt sein. Aber trotzdem, du weißt schon, was ich meine. Das wäre einfach noch echt cool. Und ich finde das Messer genial. Aber jetzt halte ich das Maul und hack ein bisschen. Ja, ich habe jetzt hier einen Haselstock. Den habe ich bei einem letzten Video abgehackt. Nämlich da unten. Da ist nämlich mein Parkplatz und da stehen mir die da rein. Und da habe ich den auch umgehackt. Aber da ich jetzt alles abgehackt habe, weil ich da immer böse Kommentare kriege. Das war jetzt auch vorher dieser Wind mit den Umweltschützern, aber egal. Selbsternannten Umweltschützern. Den habe ich jetzt abgehackt und jetzt werde ich ihn weiterverarbeiten. So. Schaut dir das an. Schaut dir das an. Das ist wirklich schön. Also es geht wirklich schön tief. Das ist eine frische Hasel. Die liegt jetzt zwei Wochen oder so oder drei Wochen. So was ungefähr liegt die jetzt da herum. Und das geht rein. Wie Butter. Ich weiß, dass das andere Messer auch können. Aber es ist halt schon schön. Es ist schon schön anzuschauen. Und dann schau her. Was du da für eine coole Kerbe machen kannst mit zwei Schlägen. Nein, mir taugt das Messer. Wirklich. Also ich muss wirklich sagen, sehr gut gemacht. Sehr gut durchdacht. Schön ausbalanciert. Fürs Arbeiten wie gemacht. Also nicht irgendeine Chance mit Quasteln, dass man halt wieder einmal ein Messer gemacht hat, damit man irgendwas zum Verkaufen hat, sondern das ist wirklich gut gemacht. Und ich meine die Firma Eikorn, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann schreibt mir unten, wie man Eikorn richtig ausspricht. Ist ja dafür bekannt, dass sie Qualität made in Solingen macht. Also es ist ja auf jeden Fall gegeben. Dieses Teil hier, das ist schon relativ dick. Hast gesehen, wie lange ihr dazu gebraucht habt. Hier jetzt ein bisschen was stärker als als Daumendicke. Und das geht mit einmal durch. Das geht mit einmal durch. Das ist sogar stärker als ein Daumen. Und da fahrt er durch wie nichts. Und das ist einfach super. Das ist wirklich super. Das macht einfach Spaß. Und ich stelle mir jetzt vor, dass ich auf irgendeinen Grund, ich meine, da sage ich dann nachher gleich noch was dazu, aber aus irgendeinem Grund schnell irgendwelche Haseln ab oder andere Bäume, Äste abschlagen muss, weil ich das zum Überleben, zum Unterstand bauen brauche. Und da kommt jetzt ganz häufig das Gefühl bei den Leuten, ich muss da 500 Kilo machen. Also 500 solche Teile abhacken. Und aus dem baue ich mir dann mein Haus und sowas, mein Survivalhaus. Wenn du das tun musst, wenn du so viel Energie aufbringen musst, um so viele Teile abzuschlagen, in einer Survival-Situation, dann bist du am falschen Platz und das muss schneller gehen. Das muss mit Material gehen, das einfacher zu bekommen ist. Aber wenn das nicht dagegen ist, dann, weil du brauchst extrem lang dazu. Das hier ist aber auch etwas für Bushcrafter oder für Leute, die sagen, okay, ich bin nicht in einer Survival-Situation, wo ich jetzt schnell und effektiv etwas erreichen muss, um kurzfristig durchzukommen. Sondern ich sage, wir sind jetzt hier an der Stelle und wir bauen uns jetzt hier ein Lager, einen Unterstand oder was weiß ich und wir haben dafür Stunden, Zeit, ist alles überhaupt kein Problem. Wurscht, wie lange es dauert oder fast egal, wie lange es dauert. Dann ist es wieder okay, weil dann kann ich damit auch arbeiten. Aber du siehst, solche Gabeln, jeder, der schon bei mir bei einem Kurs war, weiß, dass ich auf Gabeln stehe, weil die einfach multi-use, multifunktional sind. Und übrigens, wenn du von mir lernen willst, wenn du meine Einstellung zum Thema überleben lernen willst, dann gebe ich da unten erstens den Link zu meinen Büchern, billige Eigenwerbung, und natürlich auch den Link zu meinem Survival-Coaching, zu meinem Survival-Mentor-Programm, billige Eigenwerbung. Da unten der Link dazu. Schau dir das an. So, und jetzt kommt der Punkt. Ich würde jetzt gerne Power-Cut machen, weil ich da, ich weiß nicht, eine Kerbe reinmachen will und nicht hacken will. Und dann fehlt mir genau dieser Teil hier da. Und dann muss ich da ansetzen und dann ist es nicht mehr so effektiv. Ich weiß, das ist Sudern und Raunz auf hohem Niveau, gebe ich zu, gebe ich zu. Aber es ist so, es ist so. Aber so sehe ich das halt. Wobei man sagen kann, René, wenn du ein Haumesser hast, dann hau rein. Dann brauchst du doch nicht aufpassen beim Arbeiten, besonders beim Haumesser. Da kannst du ja Kerbe auch reinschlagen, so rutz, 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 rutz auf die Schnelle. Brauchst du ja nicht unbedingt den Power-Cut. Aber ja, der große Vorteil natürlich liegt dann darin, oder der Vorteil oder die Verwendung ist, dass ich jetzt hier auch feine Arbeiten machen kann. Und das Schöne ist, und das kann ich dir gleich sagen, ist nämlich nicht bei jedem großen Messer der Fall. Das geht hier super. Das geht hier wirklich top. Also ich bin höchst zufrieden. Aber da kommt jetzt dann wieder was, und ich weiß, das ist Suterlauf-Hundniveau. Dieses Teilchen hier, dieses kleine Teilchen hier, das muss man zwischen Zeigefinger und Mittelfinger da rein einbauen. Und dann muss man da manchmal so zusammendrücken, wenn man da andrückt beim Schnitzen. Und wenn das keine Pappel ist, also Balserholz im Endeffekt, ein bisschen härteres Balserholz, sondern eben ein Hasel, ein Frischhasel, dann muss man sich da auch anstrengen. Und dann muss man hier zusammendrücken, und das tut auf Dauer weh, da zwischen den Fingern. Aber ich bin auch eine Diva, gebe ich auch zu. Für jemanden, der viel härter und durchtrainierter und cooler ist als ich, spielt das vielleicht keine Rolle. Aber ich kann es nicht leiden, weil es auf Dauer irgendwie wehtut. Ich weiß, Suterlauf-Niveau, gebe ich zu, gebe ich zu. Aber es wäre so. Und daher, ich muss doch einmal sagen, es wäre super, wenn das hier komplett durchgehen würde, nur mit einer Schleifkerbe. Weil dann habe ich das nicht. Ich habe hier nichts dazwischen, was wehtun kann. Ich weiß, ich sudere gerne. Das nächste ist jetzt zum Beispiel, dass man natürlich das Blatt jetzt auch dazu verwenden kann, um zum Beispiel etwas einzuschlagen. Ich weiß, wenn ich das jetzt wirklich einschlagen wollte, dann wäre es gescheit, dass ich da mal vorher ein Loch mache und dann reinhau, damit ich mir das nicht kaputt mache. Aber es geht ja nur um das Symbol. Also du kannst es auch als Hammer verwenden, nämlich zum Einschlagen von irgendwelchen Stöcken. Oder eben tatsächlich als Hammer, wobei das hier jetzt auch keinen Sinn macht, um irgendwelche, ja, ich weiß nicht, irgendwas aufzubrechen. Weiß ich nicht, habe jetzt keine Idee dazu. Lange Rede, kurzer Sinn, damit ich mit dem Video auch wieder fertig werde. Wenn du darüber nachdenkst oder schon immer darüber nachgedacht hast, soll ich das Defender kaufen oder nicht und so? Und ist das 130er richtig und ist das nicht zu klein und so? Sag ich, umgeschaut. Kaufe es dir, besonders gerne über Internet natürlich. Ich bin selber Internethändler. Dann hast du eine Rückgabe recht. Schau dir das einmal an und greif es an. Ich bin wirklich positiv überrascht davon. Und ich bin froh, danke Hubert, dass du da warst mit deinem Sohn. Das hat mir übrigens viel Spaß gemacht, dieses Survival-Training, das wir in der Gruppe gehabt haben. Dieser Survival-Tag hier in Niederösterreich, hier im Buschkraftareal, gebe ich da auch billige Eingewerbung. Den Link zu mir auf valdurlaub.de. Da kannst du entweder selbst kommen in dieses Buschkraftareal und diese wunderbare Natur hier genießen und auch Buschkräften, also was umhacken oder ein bisschen was bauen und tun. Oder du kommst zu einem Kurs zu mir, auch billige Eingewerbung gewesen, natürlich wieder den Link dazu. Auf meinen Kurs. Egal. Hubert, danke, dass du mir das geliehen hast. Du kriegst es natürlich auch wieder zurück und mit einem kleinen Geschenk. Ein tolles Messer. Schreib es mir unten einen Kommentar. Schreib du mir einen Kommentar, ob du dieses Messer hast, was du davon hältst, was da deine Meinung dazu ist. Ich finde es top. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu all den billigen Dingen, die ich dir da gesagt habe, findest du da. Aber andere Videos zum Anschauen und ein Abo. Und bis bald. Ciao.